Ja, Werke! Und von Wiedereich! Ihr seid keine Anfänger raus! Das schenken wir überhaupt nicht! Die Gäste haben wir überhaupt nicht! Die Gäste haben wir überhaupt nicht! Jetzt werden wir auch die Anfänger aufbremsen können! Alles anhatte! Bremsen! Und die Anfänger! Und die Anfänger! So ist es nicht so? Einmal herrumdrehen, ich stelle die Anruhe, wir bleiben jetzt weiter im nächsten Stück vor euch und noch mal gucken, was da so passiert tut. So schnell ihr könnt, das ist eine sogenannte Vorrunde. So schnell ihr könnt, das ist eine sogenannte Vorrunde.